Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben. Sturmbannführer Rochmann hob unmerklich die Augenbrauen und ließ sich nachschenken. Für ihn war von Wetzland ein typisches Produkt, bürgerlich-humanistischer Erziehung. Eine Zigarette und ein Verbandspäckchen für den verwundeten Gegner. Das Töten als fairer Wettkampf. Früher hatte er diese Heuchler gehasst. Mittlerweile verachtete er sie nur noch. Er erinnerte sich flüchtig an ein Telefonat im letzten Jahr mit dem zuständigen Divisionsstab, als es um die Erfassung der Juden im Raum Kiew ging. Schießen müsst ihr, hatte der zuständige General gesagt. Er würde einmal als Initiator genialer deutscher Umfassungsoperationen in die Geschichtsbücher eingehen. Zum Held avancieren, ohne jemals eigenhändig einen Menschen erschossen zu haben. Schießen müsst ihr. Sie hatten geschossen. 5000 Juden in einer einzigen Woche. Dem damaligen Sturmführer Rochmann war das Kunststück gelungen, mit einer einzigen Kugel fünf Juden zu liquidieren. Als Anerkennung für diese außerordentliche Leistung hat er die Nacht mit einer besonders hübschen Jüdin verbringen dürfen, die er am nächsten Morgen nach dem Frühstück erschossen hatte. Er hatte noch nie zuvor so intensiv gefühlt. Es waren Gefühle, die zu erfahren, auszuhalten und zu genießen, nur einer wahren Herrenrasse vorbehalten waren, nicht diesen Heuchlern und Schreibtischtätern. Die Erfassung war damals deswegen besonders effektiv verlaufen, weil man den Juden weisgemacht hatte, sie würden von der Wehrmacht aus dem Kampfgebiet evakuiert. Die Juden hatten den deutschen Soldaten geglaubt und waren beladen mit Koffern und Hausrat in die Schlucht von Babi Yar marschiert. Gegen die Schlucht von Babi Yar war das hier eine Lappalie. Zählte nicht. Fand nicht statt. Er überlegte einen Moment, ob er das alles diesem selbstgerechten jungen Schnösel erzählen sollte. Doch wozu die Mühe? Die Front würde dem Leutnant die ganzen verlogenen Ideale schon austreiben. Lächelnd breitete er die Hände aus, als dirigiere er ein großes Orchester. Ich verstehe nicht, über was Sie sich mockieren, Herr Leutnant. Wir töten nur Partisanen. Sein alles umfassender Blick registrierte ein kleines Mädchen, das von einem Soldaten zur Kirche gezerrt wurde. Er sprang auf. Mit ein paar schnellen Schritten war er bei dem weinenden Kind, befreite es aus dem Griff des Soldaten und stopfte ihm ein Stück Schokolade in den Mund. Bekämpfung von Bandenwesen, alles nach Genfer Konvention, sagte er zu von Wetzland. Diese Leute befinden sich im rechtsfreien Raum. Haben sie auch Kinder? Er nahm das kleine Mädchen auf den Arm, das sich genauso verzweifelt an ihn klammerte wie damals die Jüdin in ihrer letzten Nacht. Natürlich hatte er ihr, um den Abend genießen zu können, die Freiheit versprochen, sofern sie seinen Wünschen entsprach. Die Angst war die Mutter aller Dinge, auch die der Zärtlichkeit. Er beobachtete nicht ohne Amüsement, wie sich seine Untergebenen mit banaleren Problemen herumschlugen. Der Stelzenmann hatte inzwischen weitere Hürden entdeckt, die ihn an der Entfaltung seiner Potenz hinderten. Wenn sie ihren Männern nicht sofort den Befehl geben, damit aufzuhören, sagte von Wetzland, werde ich dafür sorgen, dass sie alle zur Rechenschaft gezogen werden. Und wer waren eigentlich diese Partisanen und was haben die Nazis gemacht, um sie zu bekämpfen? Also gerade im Russland-Feldzug haben die Partisanen eine große Rolle gespielt und vor allem die Nachschublinien der Wehrmacht angegriffen. Die Nazis nannten das ja das Bandenwesen und haben sich da auch auf die Genfer Konvention berufen und eben behauptet, dass die völlig außerhalb von jedem rechtlichen Raum stehen und dass man praktisch die mit allen Mitteln bekämpfen kann. Ich meine gut, der ganze Russland-Feldzug war von Hitler ohnehin als Vernichtungsfeldzug angelegt, aber besonders brutal war tatsächlich dann die Bekämpfung der Partisanen. Und die wurde vor allem von vier Einsatzgruppen geleistet, die hinter der Front ihr Unwesen getrieben haben, zu der zum Beispiel eben dann auch jemand wie Sturmbandführer Rochmann gehört hat. Und innerhalb der Partisanen spielte dann speziell die Bekämpfung der weiblichen Partisanen nochmal eine besondere Rolle, weil vor denen hatten die Nazis die ganze NS-Ideologie furchtbare Angst, weil das lief ihrer ganzen Ideologie zuwider, dass Frauen zum Gewehr greifen und wirklich also in die Kämpfe aktiv eingreifen. Und was war der Grund, dass die Nazis gerade vor den kämpfenden Frauen so viel Angst hatten? Das lief eben ihrer gesamten Ideologie, wonach die Frau eben vor allem am Herd stehen, Kinder kriegen soll und ihren heldenhaften Mann unterstützen soll, total zuwider. Es wurden zwar Frauen dann immer mehr in der Industrieproduktion eingesetzt und in der Landwirtschaft natürlich, aber die Nazis haben also bis zum Schluss nicht erlaubt, dass Frauen aktiv kämpfend an der Front in die Kämpfe eingreifen. Also lieber haben sie dann Kindersoldaten genommen als Frauen. Und das ist tief verwurzelt auch schon in diesen ganzen Landsknechtsromanen, die es nach dem ersten Weltkrieg gab, aus denen ganz deutlich hervorgeht, dass die männlichen Soldaten eine tiefe Angst speziell vor Kommunistinnen hatten, vor Frauen, die aktiv demonstriert haben, die sie teilweise dann auch wirklich physisch angegriffen haben. Davor hatten diese ganzen rechtskonservativen Kreise eine fürchterliche Angst und das wiederum lässt psychologisch sehr tief blicken. Also diese ganz tiefe Angst vor Frauen, auch vor weiblicher Sexualität, die eben diese männlichen Kämpfer in einer Art, ja kann man fast sagen, Ersatzorgasmus sublimiert haben, den sie im Augenblick des Todes erlebt haben. Also der Todestrieb gegen den Sexualtrieb, das ist eine tiefenpsychologisch ganz interessante Betrachtung, wenn man sich gerade mit männlichen Soldaten beschäftigt. Also da gibt es Untersuchungen nicht nur Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, sondern auch bis zum Vietnamkrieg. Das spielt da eine ganz große Rolle. Und man sieht auch an der Behandlung der Partisanen durch die Nazis, die besonders grausam waren, also die wurden dann oft vergewaltigt, gefoltert und dann auf die allerübelste Art hingerichtet. Das mit weiblichen Partisanen wurde also noch schlimmer umgegangen als mit männlichen Partisanen. Haben die Nazis, obwohl sie so eine Freude bei den ganzen brutalen Hinrichtungen verspürt haben, trotzdem irgendwelche psychischen Schäden davongetragen? Ja, das ist ganz interessant, dass eben doch oder vielleicht auch gerade wegen dem Sadismus, mit dem dort oft getötet wurde, es eben auch viele gab, die durch das Töten entweder wahnsinnig geworden sind oder in tiefe Depressionen verfallen sind. Es gab tatsächlich von der SS Psychiatrien, in die Leute dann auch eingeliefert worden sind, weil sie diese ganzen Vorgänge an der Front eben nicht verkraftet haben. Viele der Männer, die wirklich schießen mussten, teilweise ja acht oder zehn oder sechzehn Stunden am Tag, die waren Schweralkoholiker. Die haben das also ohne sich jeden Tag besinnungslos zu besaufen nicht verkraftet. Da wurden übrigens oft ukrainische oder baltische Hilfskräfte hergenommen. Die Deutschen waren da eben häufig auch die Offiziere, die die Befehle gegeben haben, die natürlich teilweise auch geschossen und liquidiert und gefoltert haben. Aber so die allerunterste Dreckarbeit haben eben häufig Ukrainer oder Balten gemacht. Es ist interessant, einer der Leiter der Einsatzgruppen und das waren ja alles, also diese Leiter der Einsatzgruppen, das waren hochgebildete Leute. Einer hatte zwei Doktortitel. Der wurde auch depressiv und musste dann aufhören und musste in Behandlung. Also es war nicht so, dass das an allen unbeschadet vorüber ging. Aber natürlich waren es Täter. Du hast ja die Einsatzgruppen erwähnt, die extra dafür da waren, um Partisanen und Juden zu erfassen und zu erschießen. Wie war denn das Verhältnis zwischen den normalen Soldaten der Wehrmacht und den Einsatzgruppen? Also auch unterschiedlich. Inzwischen ist ja zweifelsfrei bewiesen, dass die Wehrmacht natürlich wusste, was da vor sich geht und teilweise diesen Einsatzgruppen auch zugearbeitet hat. Also es gab Fälle, wo die zum Beispiel eine Stadt erobert haben, wo eine Psychiatrie war und dann den Einsatzgruppen halt sofort gesagt haben, da ist eine Psychiatrie, da sind Geisteskranke, kümmert euch um die. Oder dass natürlich auch von der Wehrmacht Juden zusammengetrieben worden sind und dann an die Einsatzgruppen übergeben wurden. Das gab es alles. Es ging sogar so weit, dass die Einsatzgruppen teilweise eben diese Massenerschießungen vorgenommen haben und dann normale Wehrmachtsangehörige vorbeikamen und dann sogar noch mitmachen wollten. Also das nennt man diesen Erschießungstourismus. Also es gab wirklich eben auch normale Soldaten, die einfach auch mal einen Juden erschießen wollten und sich dabei dann auch noch haben fotografieren lassen. Das war dann besonders makaber, aber das gab es eben leider auch. Es gab natürlich auch, so wie jetzt im Roman, Offiziere, die das schrecklich fanden, die sich davon distanziert haben, die auch Meldung gemacht haben. Aber natürlich wurde gegen diese Einsatzgruppen niemals irgendwas unternommen, weil die standen unter dem Befehl von Himmler und letztendlich auch von Hitler. Und was die da gemacht haben, war natürlich abgesegnet von oben. Und das wussten die natürlich auch. Die hatten überhaupt nichts zu befürchten. Die konnten sich alles rausnehmen. Es war sogar so, wenn da jemand zu penetrant gegen sie war, dann hat der Schwierigkeiten bekommen. Waren die Partisanen von der Sowjetregierung beauftragt, die Deutschen zu überfallen? Teilweise ja. Also es gab kommunistische Partisanen, die mit dem Regime zusammengearbeitet haben und von denen auch mit Waffen versorgt worden sind. Es gab aber auch Partisanen, die eigentlich total gegen Stalin waren, die nationalpatriotisch waren, also die die Ukraine zum Beispiel wieder befreien wollten und zu einem eigenständigen Staat machen wollten. Es gab Partisanen, die von den Kosaken sehr bestimmt waren. Und diese Gruppen haben untereinander teilweise dann auch rivalisiert. Also die haben sich gegenseitig teilweise auch Waffen weggenommen und die Nazis haben natürlich dann immer versucht, die auch gegeneinander auszuspielen. Was vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt ist, es wurde ja vom NS-Regime die Chance, sagen wir mal den Ukrainern, den Weißrussen, den Balten eine faire Chance zu geben auf einen eigenen Staat und dadurch sich ihre Unterstützung zu sichern, die wurde ja total verspielt. Dadurch, dass man die Leute halt von Anfang an wie Dreck behandelt hat. Man hätte tatsächlich, also zum Beispiel die Ukrainer, wenn man ihnen, wenn die wirklich glaubhaft einen eigenen Staat versprochen gekriegt hätten, dann hätten die sicher begeistert gegen Stalin gekämpft. Den haben sie nämlich gehasst. Der hat sie brutal unterdrückt und bei seiner Landwirtschaftsreform in den 20er Jahren sind mehrere Millionen Ukrainer verhungert. Also deswegen war der Hass eigentlich auf Stalin und das Regime dort groß. Aber die Nazis haben also in kürzester Zeit geschafft, durch die bestialische Behandlung das noch zu übertreffen und zu übertrumpfen. Da hat auch der vernünftige Teil im Generalstab, der war darüber total entsetzt, weil er auch gesehen hat, welche Chance da jetzt allein auch aus militärischen Gesichtspunkten total verschenkt wurde. Aus Rassenideologie und blindem Hass. Das war die dritte Folge von unserem Podcast zu Stalingrad. Vielen Dank fürs Zuhören. 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 Zuhören.